Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together von MV2 der Spezialeinheit. Wir... Ja, ich werde gerade an Steam angeschrieben, aber übelst. Ähm... Ja, mit mir Adlerwarr19319 und dem Poison. Ja, moin Leute. Ja, wir sind in Echo, in der ersten Mission Ausreißer. Die anderen beiden heißen noch Hochexplosiv und Panzerbrecher. Panzerbrecher, finde ich, ist eigentlich die einfachste, wenn man weiß, wie. Ähm, Ausreißer ist genau das gleiche, als wenn man jetzt im Singleplayer spielt, auf der Bohrinsel auch die ganzen Geisel retten. Und da wir dieses Jahr zu zweit spielen, und da auch... ...MW3 mehr oder weniger vor der Tür steht, würde ich es geil finden, wenn die das... ...zu zweit oder gar zu viert... ...spielen könnten. Ja. Würde ich auch total geil finden. Ich wäre natürlich auch wieder dabei. Das zu Let's Play natürlich mit dem Adler. Ja. Ähm, ja. Ist halt dann wie bei Gears of War, ne. Wenn das jemand kennt, das kann man dann auch den ganzen Singleplayer-Modus zu zweit durchspielen. Ja, oder sogar zu viert. Ja, kann auch sein, das weiß ich gar nicht. Ich hab's auf jeden Fall zu zweit mal durchgeschrieben, ich geh sofort auf War 2. So, wollen wir los? Jo. Pass auf, wo du hinschießt. So. 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 Wir haben ein geiler Skin. Auf der AK. Ich werde mir gleich mal die AK mitnehmen. So. Oh. Willst du hier Game Wars mitnehmen? Ja. Ist mir eigentlich relativ. Ich kann die nicht nehmen. LoL. Achso, wir haben schon 10. Nimm du, ich hab schon welche. Ja, ich hab auch schon 10. Und da kommen schon Leute. What the hell. Pass auf. Zwei Leute. Drei Leute. Einer kommt rein. Was? Warte, die kommen rein, die kommen rein. Komm rein, komm rein. Warte, zurück, warte, zurück. What? Das war übel knapp. Oh, Nate, pass auf. Die kann man ja zum Glück zurückwerfen. Warte. Jetzt kannst du mich rein. Nee, noch nicht. Oh. Jetzt. Okay, los. Das war ja wieder ein prima Start. Egal. Auf jeden Fall haben wir es überlebt. Oh ja, hier ist ne. Oh, geil. Wir haben ein MG4 jetzt. So. Ja, ich jetzt auch. Oh. Oder willst du ne AE12? Oh ne AE12 hier. Oh, da rumst das aber richtig. Ja. Ja, dann nehm ich. Ich nehm ne AE12. So. Wow. Geht aber ab, das Ding. Ja. Es geht ab. Nur ein bisschen Muni mehr hätte ich, aber ich hab nicht so viel Muni mit dem Ding. Leider. Ich glaub der hat da aber einen. Hinter uns, hinter uns. Hinter uns. Ab ihn. Ja, hinter uns. Keine Ahnung. Das würde ich auch gerne wissen. Achso, gleich kommt der Ding ins. Der hat hier ne Spaß wenn du willst. Nein. Bleib lieber bei der. Im G4. Granate. Boah, Heli alter. Ja. Wo ist die ARTI? Da viele ARTI 4. Hau'n weg. Unten ist er. Ja Achtung. Alter, von wo kommen die denn alle? Ne, pass auf. Er wird mich, kriegt ihr nicht. Ich bleib kurz einmal nach. Oha ne, das ist nicht so. Oha. Sind dabei viele. Oh. Na, ich werd schon nie eingeschossen. Ich weiß auch nicht warum. Aha. Oha. Ich hab dir nachgeführt. Ich hab dir übelst. Ich hab's gesehen gerade. Ich wollte dich gerade aufhören zu verwalten, aber da war es zu groß. Mann. Na, ich muss kurz nachladen. Ich bin weg auf. Oh, lad auf. Grad nach. Oh, die MG4 war auch 10 Jahre. Da hast du nachladen. Naja. So, ich bin fertig. Wo ist der? Lass mal hier durch den Nebenraum gehen. Warte. Ah, meine Engel ist auch gleich leer. Ja, da liegt eine. Vorne. Ah, cool jetzt. Ja, perfekt. Oh, ich lade gerade meine A. Da ist einer. Pass auf. Oh. Ich hab mir vor die Linse gedaufen. Sorry. Hab ich ihn? Keine Ahnung. Ne, der hat noch eine Nächte vor. Pass auf. Scheiß Illuminator, ey. Schiss Last Stand. Wow. 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 Ja genau, flankieren wir. Ja, ich geh da. Oh. Ja, die haben schon mit mir gerechnet hier. Oh, verdammt. Ich hab beide mit einem AA-12-Schuss gezogen. Wie geil. Ja, man muss es können, ne? Ja, man muss halt so viel Skill haben wie ich. Dann schmeißen wir einen Nade drüber. Ja, ich mach auch einen. Wow. Wow, so knapp. Stirbt. Stirbt. Geiler wären doch, wenn man hier Save-Points hätte. Ja. Aber wenn man einen Singleplayer hat, und das wirklich im Singleplayer durchspielen könnte, also zu zweit, oder zu viert, dann hätte man wahrscheinlich auch Save-Points. Ja. Oder Check-Points. Oh. Oben. Ja. Ah, oben hab ich sie glaub ich jetzt. Ah. Ah. Warte mal, ich schmeiß mal eine Nade da hinten hin. Pass auf, der wird eine Nade da zu dir glaub ich. Jupp. Da rollt sie. Ah, die ist runtergerollt. Ja, hoch gehst du sicher nicht. Nee. Da. Da. Es holt doch hoch her von mir. Ey. Mann, Mann, Mann. Einer läuft noch. Er kriegt die AA-12 in die Fresse von mir. Ladegrad. So. Wo ist die AA-12? Ich hab mir jetzt auch einige genommen. Ist auch tot. Hier liegt mir weg, doch. No. Dann lade ich kurz mal nach auf den Weg. Was ist hier? Intervention, Thermal, AA-12 mit Rotpunkt. Hat die mehr Schuss als meine? Hm. Nö, aber genauso viele. Jetzt kommt das mit dem Thermal. Ganze Thermalscheiße. Wo wir hinten vorstoßen müssen. Soll ich nehmen? Intervention Thermal? Nee, wenn denn hier. F2000. Thermal. Du hast die ganze Muni genommen. Ach verdammt. Egal. Egal. Lass. Oder? Weiß. Warte. Das muss mal runter wieder. An alle Teams. Die sind uns voraus. Sie haben Thermaloptik und können durch den Rauch sehen. Ach, scheiße. Ich nehm die Sniper lieber. Ja. Ich kann ja nochmal zurückklemmen sonst. Ich kann ja nochmal zurückklemmen sonst. Okay. Ja. Doch hier sind sie unten. Ach, F2000 mit Thermal. Überall hier. Oh, Nate. Nate. Verdammt. Warte. AA-Trill. Ja. Verdammt. Durchkommst du dir. Ja. Ach, scheiße. Wir sind ganz langsam. Hör auf. Oh, da kommt einer. So. Ab. Scheiße. Oh, da kommt einer. Oh, da kommt einer. Oh, da kommt einer. Nice. Wir müssen hinten lang. Links lang. Hier am Tank und so. Ich glaube, das ist die einfachste. Auf Wahl. Okay, ich komme. Ja, ich wollte gerade sagen. Alleine schaffe ich es nicht. Oh. Boah. Mega Thermal-Optik ist das für Scheiße. Da vor mir liegt noch eine. Was? Vor mir liegt noch eine. Ich habe ja eine. Da liegen überall welche. Hört man da meine Mutter im Hintergrund? Nö. Gut. Nee, nicht zurück. Komm zurück, komm her. Na. Ich bin hier hinter. Da. Hier hinten ist soweit alles frei. Ich denke mal so, wow, RPG, RPG, man. Alter. Bin ich eigentlich gelandet? Hab ich hier einmal rumgedreht? Lass, renn mir mal hinterher. Weil die schießen ja auch von oben, RPG und so. Warte. Das sind doch richtig scheiße mit Rauchgranaten, ey. So. Oh ja. Komm rein. Oh ja. Wie ein Rotpunkt, ey. Jetzt benimm dich. Wir brauchen den Kack nicht mehr, ne? Also wir brauchen Thermal nicht mehr, ne? Nee. Direkt den Striker, falls du willst. Nein. Du nimmst jetzt keine Schrufschnitte. Da sind Leute drinnen, die müssen wir unterstützen. Nein, ich mach rein nur, falls du ne Striker schießt. Nee, möchte ich nicht. Bereits? Pass auf, wo du schießt. Ja. Okay. Bereits? Ja. Los. Okay. Rüber. Bam. Der Frack. So schwer war sie gar nicht. Acht Minuten. Nee, diese Thermalkacke war ein bisschen schwer. Ja. Na gut, ich bin... Den Weg... Gebe ich euch der Tipp. Egal ob ihr jetzt Ausreißer spielt oder Mission. Geht den Weg lang. Der ist tausendmal einfacher, als wenn ihr quer durchrascht. Weil die schießen von oben, die kommen immer aus der Mitte. Nie von links. War zu mir jetzt zumindest, ist der Fall. Bloß als kleiner Tipp. Also ist echt praktisch. Bei den könnt ihr euch ja auf Starfair schanzen. Im Raum und gleich durchgehen. Weil dann hat man noch ein Safe Point. Und ja. Ist eigentlich am Weichtasten. So. Als nächstes kommt ein Hochexplosiv. Und die mag ich ganz und gar nicht. Und da wird der Poison dann gleich sehen, warum. Beziehungsweise nächstes Mal. Denn diese Mission hat schon für heute gereicht. Also. Bis zum nächsten Mal Leute. Ciao. Ciausen.